Wir gehen ihm entgegen. Jetzt ist er noch in Erfurt, das heißt er fliegt jetzt bald, das ist er entgegen. Er ist schon unterwegs. Und wir gehen ihm entgegen. Was bedeutet so ein Besuch für Sie, dass er jetzt hier in Freiburg auch ist? Ja, natürlich. Ich denke, das ist schon ein großes Ereignis, auch für die Stadt, für unsere Diäzöse, für unser Land. Und der Stellvertreter. Wunderbar, dann wünschen wir Ihnen schon das Wochenende. Danke.